Die Gründe sind schon einige Wochen da und mit Dank an Thomas Fröhlich, unser Vereinsarzt, der hat Herzrhythmusstörnisse konzentriert und es kann sein, dass ich in der kürzeren Zukunft noch operiert werden muss. Du weißt, was auf dich zukommt und da musst du fit sein, weil da kommen noch so viele Spiele, Trainings und auch Pressekonferenzen, die nicht so einfach sind. Und darum habe ich die Entscheidung, glaube ich, in dieser Nacht eigentlich erst getroffen, dass ich gesagt habe, das Risiko ist zu groß. Ich habe nicht mehr so viele Jahre, aber die Jahre will ich dann doch noch versuchen zu genießen.